Oh nein, die Chaos-Emeralde! Oh nein, du nicht! Eggman! Oh Mann, was ist mit der Emeralde, die wir gerade hatten? Ich glaube Eggman hat einen von ihnen, aber der andere ist sicher. Der Mann muss sicher sein. Das bedeutet, seine zwei zu unseren und das ist nicht gut. Komm schon, Sonic, wir müssen uns beschäftigen! That voice, wow. Also ganz ehrlich, die Bewohner hier tun mir schon leid. Oh Gott, das will ich doch gar nicht. So. Bewohner tun mir schon leid, wenn die die ganze Zeit die Ansagen von dem Bahnhof hören. Äh, was ist hier? Irgendwie muss ich das wahrscheinlich hinbringen. Geht's da auch noch lang? Ne, geht's gar nicht. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Für die Mystic Ruins, okay, ich muss damit wirklich in... Verstehe, wie es funktioniert. Sorry. Kann sein, dass ich das rausirritiert habe, aber wenn nicht, auch okay. Oh mein Gott. Die Wand hat ein Loch. Wie passend. Keine Ahnung, was der Typ da gerade wollte, aber okay. Der Schüssel schwebt. Okay. Warte, ist hier noch etwas? Nein. Oh Mann. Aber Sonic zeigt zum Glück keine Reaktion, wenn ein Eiswasser fällt. Ach, das waren zwei auf einmal, okay. Was? Okay, also man kann die... Gott, das ist ja schlimm. Aber, jetzt brauche ich... Gottverdammt. So, besser. Wo bin ich jetzt? Boah, nein, 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 nein. Ah, der hätte sich das Ding machen müssen. Nein, aber Ringe für den Ring... Gott. Gott, Sonic, du kannst aber auch nichts. Warum no? Woran bin ich gerade gestorben? Ah, diese Eishafen sind schrecklich. Also wenn man schon keine Friends of Persia Mechanic in seinem Spiel programmieren kann, dann lass die weg. Finde ich gehöre hier eh nicht rein. Ah, okay, das funktioniert zumindest auch. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, geil. So viel dazu. Ernsthaft? Was war das gerade? Jetzt fahre ich ernsthaft hier unten an. Klar. 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 Before. Okay. Nee... Oh, warum? Po- разделen Sie. Wirsuppatzen Sie. Ihr Wort. IBM locket die Flasch musique machen, ich glaube, commodien Sie. So, komm, 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 komm. Boah, vier Minuten schon. Das ist halt auch echt schlecht. Okay, ich konnte da... Sonic nicht... Alter, hör mal auf. Use das Panel, um zu schlafen. Es kann sogar helfen, um deinen Weg zu schlafen. Oh, wie praktisch. Oh, wie praktisch. Muss ich überhaupt irgendwas machen? Ich gehe ja eh durch alles durch, ohne dass es Konsequenzen hat. Ich gehe jetzt auf die Konsequenzen. Oftmal wurde ich gerade getroffen, aber es war auch komplett unsere Konsequenzen. Muss ich hier irgendwas überhaupt tun außer steuern? Das ist so meine Frage jetzt. Er hat mich irgendwie an White Acropolis aus Sonic 06. Weil da gab es auch so eine Snowboard-Stelle, dass man da irgendwie auch nicht verletzt werden konnte. Beziehungsweise nicht, wenn man irgendwo gegengeflogen ist. Okay, gut, manchmal war auch der Bodenhindernis. Aber hier ist ja zum Glück nicht so. Oh, hier sitzt einfach mal ein Emerald. Schön. Kann der echt nicht, wenn er die Leitern hochklettern? Oh, man bringt das auch gar nichts. Ich dachte schon, das spielte sich jetzt aufgehangen. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Gott, das hörst du ja sogar hier. Oh, hi, Knuckles. What's up, Knuckles? Something bugging you? No time for a game, Sonic. Give me the Emerald you have, right now! What? Let's just see you take him, heh. Gott, Knuckles, was tust du schon wieder? Hä? Manchmal blockt er und manchmal nicht. Aber ich muss ihn noch einmal treffen. Give me your best shot! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Die Chaos-Emeralds, die aus deinen unsichtbaren Taschen gefallen sind. Ah, Eggman. Oh, oh! Ha! Wie, wenn du Kandys aus einem Baby ausklappern. Das ist ein Chaos-Emerald. Das sind zwei, du Idiot. Das ist richtig, fool. Du hast es alles zu einfach gemacht. Du hast sie praktisch gegeben. Du hast sie mir praktisch gegeben. Halt es da, Krieg. Du kannst das nicht wegwerfen. Knuckles, sag mir nicht, dass Eggman dich wiederum trinkt. Ich? Was ist das für dich? Weg zu gehen, Knucklehead. Jetzt habe ich vier hervorragende Emeralds. Chaos-Emeralds. 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 Er hat das Spiel wiederum. Mann, niemand kässt uns überhaupt keinen Schlag. Aua. Warte, kann die Kamera mal auf dem... Kann die Kamera mal fokussiert bleiben? Dankeschön. Aua. 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 etwas unendete Geschäftsführung, um sich zu beschäftigen. Kein Problem, Knuckles. Wir werden hier alles beschäftigen. Komm schon, los geht's! Naja, ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal die Aufnahme. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Sonic Adventure DX.